Ah, ja, da trainiert der junge Mann gerade auf seinen Rock'n'Roll-Schuhen. Die Schultern sind etwas breitgeraten. Batman. Wenn ich eine entsprechende Geschwindigkeit erreiche, hebe ich auch ab und dann fliege ich ansprechend. Ich fahre manche auch rückwärts. Auch da wieder der Salto-Mortal. Nein, uh, beinahe. Ich habe es versucht. Ah, ja, sind Sie gerade noch mal gut gegangen.